so leute willkommen zu let's play diesen menschen ich habe einiges zu erzählen während wir heute den endboss machen ja es ist endlich soweit leute das spiel jedes spiel muss einmal ein ende haben genauso wie dieses spiel wir waren das letzte mal stehen geblieben am dach am oberstockwerk erdgeschoss wort er war ich renne mal eben hoch ja es ist nur noch eine tür mir fehlen noch zwei buch wenn in dieser tür zwei buch drin sind habe ich das spiel zum ersten mal 100 prozent durch ja das wäre zu schön um wahr zu sein aber ja ich habe mich letztes mal noch komplett in der villa umgesehen ich habe allein gar nichts mehr gefunden und ja ich hoffe einfach da nicht dieses mal etwas zu mehr glück habe beim durchzocken dieses spiels und ja welche tür es geht nach unten ok ok hier sind wir also und jetzt müsste es hier reingehen und ich habe mir vorgenommen das will ich heute noch schaffen ja let's go luigi final tür ja es ist das richtige format hat noch nach ist oi du warst es nicht wahr blablabla habe mich nicht du in der welt siehst du nicht dass ich leben in meine kreation zeig dir meine meisterfähigkeit meine kunst ok zum schluss noch mal ein boss raum so zu sagen wir müssen jetzt gegen alle geister diesem gesamten spiel gegeben hat noch mal kämpfen und ja das sieht natürlich sehr interessant aus ob ich es schaffen werde oder nicht erfahren ihr glaube ich sogar noch in dieser episode und du bist behindert nein du bist behindert nein warum das jetzt aber ja oh je nex ja geister polis oder keine ahnung wo der war sagt kommt alle her zu mir ich mag euch alle naja nicht wirklich aber ok ja man ja ja nein ich habe ich nicht ok scheiße ok nein ich krieg die nicht wort äh hallo komm her ja und komm her nein du bist behindert man cool jetzt habe ich dich klub next gust please oh yeah cool ich ich kriege euch ich kriege euch aber einen habe ich fick dich flupp einen habe ich ok du bist behindert einen habe ich wieder ok aber den krieg ich nicht klar aber dich habe ich auch aber da war gerade irgendein komischer bug dass ich den nicht bekommen habe ok ja ich muss sowieso wieder leben auffüllen wann mal fick dich fick dich fick dich du bist auch behindert komm her dude ja klar ne ich steh grad auf und du bist so behindert ja ne 60 leben nur noch ok so nein du bist behindert aber den habe ich jetzt auch gleich komm her dude komm her dude komm her dude ah wups ok 5 minuten schon scheiße na hab ich da noch scharf ne das sind ja die behinderten komm her du komm her du komm her da ich cool man schlups schrei geist ich hasse diese geister Einen Einen wieder Komm her, Dude Scheiße Okay, da habe ich jetzt gar keinen bekommen Oh, yeah Come here, Dude Oh, herrige Gegner Herrige Gegner Es ist die Bindersen Einige von euch wissen auch warum Weil die mit Bananen schießen Oh, die hätte ich ja gleich beim ersten Mal kriegen können Nein, natürlich nicht Warm ist der jetzt aufge... Ja, genau Genau Fick dich Sieben Dich kriege ich jetzt auch, Junge So wie natt Okay Nein Den kriege ich aber Und Wurps Schön Man Okay Noch so ein paar Bindern, die von der Decke runterhängen Eins Zwei Scheiße Jetzt aber Wurps Cool, Mann So, aber Leute Wie es weitergeht Seht ihr beim nächsten Mal Also, tschüss Leute Bis zum nächsten Mal